Herzlich willkommen. In der Stadt Gaza, im Norden des Gazastreifens, kamen im Al-Ali-Krankenhaus am Dienstagabend bei einer Explosion hunderte Menschen ums Leben. Die Hamas beschuldigt die israelische Armee. Israel spricht von einer fehlgeleiteten Rakete der palästinensischen Organisation Islamischer Dschihad. Daraufhin kam es in der Nacht auf Mittwoch zu Protesten im Iran, in Tunesien, im Libanon, in Jordanien und im Westjordanland. Aufgrund der angespannten Lage sagte der König von Jordanien ein geplantes Gipfeltreffen in Amman mit Joe Biden, Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas und Ägyptens Präsident al-Sisi ab. Ägyptens Schlüsselrolle in der Region wird auf unseren Karten deutlich. Auf den Grenzübergang Rafah richten sich derzeit alle Blicke, vor allem wegen Hilfslieferungen. Ägypten hatte mehrere Kriege gegen Israel geführt. Nach der Gründung Israels 1948, nach der Verstaatlichung des Suezkanals, im Sechstagekrieg und im Yom Kippurkrieg. Aber dann schloss Ägypten Frieden mit Israel, unter Präsident Anwar al-Sadat, der zwei Jahre später ermordet wurde. Es folgten 30 Jahre Diktatur unter Hosni Mubarak, bis durch den arabischen Frühling die Muslimbrüder unter Mohammed Mursi an die Macht gelangten. Im November 2012 flammten erneut Proteste auf. Die Menschen im Zentrum des Landes widersetzten sich den Islamisten aus Angst, dass die Scharia an Einfluss gewinnen könnte. Im Juni 2013 dienten Massendemonstrationen Verteidigungsminister Abdel Fattah al-Sisi dazu, Präsident Mursi aus seinem Amt zu entfernen. Die Armee war zurück an der Macht. Al-Sisi riss umgehend die gesamte Macht an sich und verbot die Muslimbruderschaft, von der die Hamas ein Ableger ist. Al-Sisi hat mindestens drei Gründe für eine strenge Kontrolle der Grenze zum Gazastreifen. Ägyptens Wirtschaft steckt in der Krise. Arbeitslosigkeit, Armut und Abhängigkeit von Lebensmittelimporten. Den Dschihadisten im Norden der Sinai-Halbinsel könnte der Zustrom palästinensischer Flüchtlinge zugutekommen. Und er könnte Ägyptens Stabilität gefährden, wie in Jordanien in den 70er Jahren. Soweit zu unserem heutigen Fokus. Bis bald.